Die größte Veränderung in den nächsten zehn Jahren bringt natürlich die künstliche Intelligenz. Das, worüber jeder redet. Wir müssen uns einer Sache gewahr werden, dass die Intelligenz in dieser Welt steigt. Die verfügbare Intelligenz in der Welt steigt. Sie steigt möglicherweise sogar über menschliches Niveau. Wahrscheinlich noch nicht bis 2030, aber danach. Und das bringt wahnsinnig viele Vorteile für die Welt, weil wir plötzlich Dinge lösen werden, die die menschliche, die limitierte menschliche Intelligenz bisher nicht lösen konnte. Wir werden möglicherweise einige der größten menschlichen Probleme klären. Hunger in der Welt, Trinkwasserversorgung global gesehen, Energieversorgung. Wir waren technologisch noch nie so dicht dran. Und künstliche Intelligenz bringt uns in die Lage, genau diese Probleme zu lösen. Es gibt in der Zukunftsforschung zwei Denkrichtungen. Die einen denken, dass menschliche Intelligenz und künstliche Intelligenz sich bekämpfen werden. Dass also menschliche Intelligenz so bleibt, wie sie ist. Und künstliche Intelligenz sich entwickelt und immer besser wird, besser wird, besser wird. Und dann ist sozusagen zum Kampf der Mensch gegen Maschine kommt. Wenn das so käme, dann wäre das Ergebnis wahrscheinlich, dass Menschen sich mit ihrer menschlichen Intelligenz zurückziehen würden in Reservate, um dort menschlich zu bleiben und sozusagen die andere Welt den intelligenteren Maschinen überlassen würden. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Ich halte den zweiten Weg für viel, viel wahrscheinlicher. Nämlich den Weg, dass Menschen diese künstliche Intelligenz oder diese Technologie in ihren Körper hineinholen. Die Geschichte der menschlichen Evolution des menschlichen Körpers ist eine permanente Geschichte von Anpassung, eine permanente Geschichte von Körperoptimierung. Deshalb leben wir heute so lang, weil wir Medizin erfunden haben. Deshalb sind wir länger jung als früher, weil wir mehr Sport treiben, weil wir uns gesünder ernähren und so weiter und so fort. Also unser Grundbedürfnis, das menschliche Grundbedürfnis ist, den menschlichen Körper zu optimieren. Und in einer Zeit, wo Optimierung durch Technologie passiert, wird es wahrscheinlich so sein, dass menschliches Streben danach geht, die Technologie in den eigenen Körper hereinzuholen. Und wenn das so käme, dann gibt es keinen Kampf zwischen Mensch und Maschine, sondern dann gibt es möglicherweise eine, wie soll ich sagen, eine Upgrade der menschlichen Spezies. Wir werden dann anders aussehen, aber wir werden intelligenter sein. Bis 2030 erleben wir die Massenverrentung der Babyboomer-Generation. Das sind ganz viele Menschen in diesem Land. Das ist die geburtenstärkste Generation. Die gehen in den nächsten zehn Jahren alle in Rente. Das Ergebnis ist, dass wir schon im Jahr 2025 6,5 Millionen Menschen weniger im deutschen Arbeitsmarkt haben werden als bisher. Von unten kommen die geburtenschwachen Jahrgänge, die können das nicht ausgleichen. 6,5 Millionen Menschen weniger im deutschen Arbeitsmarkt heißt Vollbeschäftigung. Jeder hat einen Job. Jeder, der halbwegs ausgebildet ist, hat einen Job. Und es gibt wahrscheinlich 3 Millionen unbesetzte Stellen. Also das, was wir heute mit Fachkräftemangel bezeichnen. Das ist hoch 10 in den nächsten zehn Jahren. Vollbeschäftigung ist für Menschen großartig, weil bei jedem aller zwei Wochen der Headhunter anruft oder der Personalberater und sagt, ich habe da wieder was, du kannst wechseln, du kriegst 10 Prozent mehr, irgendwie sowas. Und Menschen werden unterschiedlich reagieren. Die einen sagen, da bleibe ich hier, ich rufe nicht mehr an, ich bin hier zufrieden. Die anderen sagen, ich kann ja eigentlich gar nichts falsch machen. Wenn ich jetzt wechsle, dann ruft der in zwei Wochen sowieso wieder an. Wenn ich da einen Fehler gemacht habe, dann wechsle ich halt einfach nochmal. Und auf diese Weise entstehen, wir nennen das Projektarbeiter, entstehen Menschen, Erwerbsbiografien, die 15 verschiedene Stationen haben. Es gibt zwei Richtungen, in die sich die Blockchain-Technologie entwickeln wird. Das eine ist die Frage, wenn es um Währungen geht. Wahrscheinlich werden wir sogenannte Stablecoins sehen. Also stabile Währungen, die hinterlegt sind mit Werten, die möglicherweise eins zu eins verkoppelt sind mit heutigen Währungen. Das werden wir sehen. Wir werden viele, viele, viele Währungen, Konkurrenzwährungen in der Welt sehen, die halt alle digitalen und Cryptocurrencies sind. Die werden die Art und Weise, wie wir bezahlen und wie man Währung und den Wert von Währung steuern kann, das werden sie verändern. Die weitaus wichtigere Auswirkung von Blockchain für unsere Welt, für unsere Arbeitswelt ist aber eine andere. Das ist die Technologie an sich. Wir Zukunftsforscher gehen davon aus, dass im Jahr 2030 in jeder Branche eine eigene, mindestens eine, möglicherweise sogar fünf bis zehn eigene Blockchains vorherrschen. Das sind sozusagen Betriebssysteme, auf denen alle Akteure in dieser Branche arbeiten. In denen sie viel effektiver, viel billiger arbeiten, als sie heute arbeiten. Und die große Frage ist, wer hat die Macht über diese Blockchains? Wenn ich also eine Branche habe, in der es nur eine einzige Blockchain gibt und ich bin derjenige, der sie eingeführt hat, der sie steuern kann, der steuern kann, wer darf mitspielen, wer darf nicht mitspielen, wie funktionieren die Regeln sozusagen, dann habe ich natürlich eine wahnsinnige Macht. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es in einer Branche, die fünf weltweite Marktführer oder Marktplayer hat, natürlich fünf Blockchains geben wird, weil jeder da so seine einführt und vielleicht noch eine Non-Profit-Blockchain, wo alle anderen drauf sind. Aber das heißt alles nicht sozusagen, dass Blockchain unwichtig wird. Im Gegenteil, Blockchain wird viel, 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 viel wichtiger. Sie wird zum Betriebssystem einzelner Branchen und jede Branche bekommt ihre eigene. Zukunftsforscher wie ich, wir sind nicht der Meinung, die überall in den Zeitungen steht, dass Technologie die Menschheit unmenschlicher macht oder das Leben unmenschlicher macht. Genau das Gegenteil wird passieren. Dieses Leben wird menschlicher. Die Frage ist aber, was verstehen wir unter Menschlichkeit? Verstehen wir unter Menschlichkeit die menschlichen Fehler, die zu Millionen-, Milliardenfachen Leid in dieser Welt unter anderem führen? Oder verstehen wir unter Menschlichkeit das menschliche Bestreben, immer besser zu werden? Sich selbst zu optimieren, die Welt zu optimieren, möglicherweise die Natur zu optimieren? Wenn wir unter Menschlichkeit verstehen, es soll alles bleiben, so wie es ist und ich will weiter meine Fehler machen und will nicht verantwortlich dafür sein, weil ich sagen kann, ich bin ja ein Mensch, ich mache halt Fehler, dann werde ich in meiner Argumentation ein Problem bekommen, weil Technologie uns die Möglichkeit gibt, einfach besser zu werden, intelligenter zu werden, klüger zu werden. Wenn mein Verständnis von Menschlichkeit ist, dass es meine Aufgabe ist, Dinge zu verbessern, Dinge zu optimieren, mein Umfeld zu optimieren, mich selbst zu optimieren, einfach meinen Kindern ein besseres Leben zu schaffen, als ich selbst es haben konnte, dann werde ich Technologie benutzen und Technologie wird mir in den nächsten zehn Jahren so viel helfen, wie sie wahrscheinlich noch nie geholfen hat. Die Frage, ob es menschlicher oder unmenschlicher wird, liegt nicht an der Technik, sondern nur an Ihnen. Dein Dachten D sao D D hvis D